Nach dem Maskenball sind nun zwei Tage vergangen. Die Befragung der Stadtwache, den sogenannten Grünröcken, hat lange gedauert und viel Kraft gekostet. Während Raphim und Abelmir schnell gehen gelassen wurden, saß der Rest fast zwei Tage auf der Wache. Die mögliche Anklage wegen Mord und Brandstiftung wurde schnell fallen gelassen, allerdings wollen sie alles andere von euch über diesen finsteren Kult hören. Ob ihr ihnen wirklich etwas verraten habt, bleibt eure Sache, doch dementsprechend lang hat es gedauert. Raphim und Abelmir waren unterdessen nicht untätig. Auf das Anraten von Keras haben sie die Exorziierung im Raya-Tempel geleitet und gemeinsam mit einem Swafnir-Geweihten, einem Soldat, dem Tempelvorsteher Flamingo und dem Golgariten Gernot von Mersing das Ritual vollzogen. Die giftigen Träume von Belkelel konnten euch nicht schrecken, wohl aber töten. Am Ende wart ihr gemeinsam erfolgreich und konntet Shania Voltura zu Reton begleiten. Wir schreiben so den 20. Rondra 1028 nach Bosporans Fall. Ihr befindet euch in eurem Palazzo auf dem Goldacker. Und so beginnen wir. Also die Wache hat euch ja ziemlich lange festgehalten. Was habt ihr denn erzählt? Also alles von der Armbrust halt. Ich glaube, sie sind dumm. Sie haben Fragen gestellt und dann haben wir die Fragen beantwortet und dann haben sie dieselben Fragen nochmal gestellt. Und nachdem wir sie dann ihnen nochmal beantwortet haben, haben sie jemand anderen geholt, der dieselben Fragen nochmal gestellt hat. Ich muss zugeben, ich habe vielleicht etwas ausschweifend geantwortet, als sie mich nach meiner Geschichte gefragt haben. Also ich habe wirklich ganz am Anfang begonnen und hat dann etwas gedauert. Geil mal. Ich fand deine Geschichte interessanter, als dieselbe Frage noch einmal zu beantworten. Ja, ja, das ist in der Tat so. Ich habe ein illustris und schillerndes Leben hinter mir. Ich denke, das größere Problem war, dass ihr alle was anderes gesagt habt und sie deswegen verwirrt waren. Und ich habe ihm nur gesagt, dass er bei mir immer gesagt hat, dass diese Menschen umbringen müssen. Ja, das hast du. Aber ich habe eigentlich nichts verpasst. Also das war ein Angstseinfluss, aber alles gut. Immerhin waren ein bisschen gut. Sie haben sich schon um uns gekümmert dort. War ja dann doch recht schnell klar, dass wir nicht die Missetäter sind. Naja. Nun ja, man musste ihnen natürlich auch noch ihre Fehler aufzeigen, dass sie einfach ein solches Geschehenes in ihrer Stadt stattfinden lassen. Also da hätte man doch ein bisschen mehr Sorge tragen können. Gerade mit diesem Dämon. Also der wurde ja mit Sicherheit irgendwo hergekarrt. Ist sicher, die Stadtwache ist für eure Kritik dankbar. Na, das sollten sie besser auch sein. Ich kenne mich schließlich gut mit solchen Dingen aus. Ja, Isarun hat eine ganze Liste angefertigt. Und ja, also ich denke, die Kritik war durchaus in konstruktiver Natur. Auch wenn die Stadtwache das ein bisschen anders gesehen hat. Zwei Fuß Pergament. Ja. Ich bin mir sicher, das wird viel bringen. Nun, zumindest gibt es jetzt keine Horrorslose mehr, der die Wachen bestechen kann. Ich fürchterlich schade, dass ich diese Liste nie lesen werde. Oh, sie wird als großes Isarunsches Reformpaket der Stadtwache sicherlich in die Annalen von Berlin eingehen. Das gefällt mir. Nein, wir sagen. Und in der Zwischenzeit, wie ist es bei euch so gelaufen? Genau, erzählt einmal. Es war furchtbar. Also ganz schrecklich. Ich war Arbel mir. Wieso? Habt ihr gesungen? Nein, das haben wir nicht. Wir haben die Paktierer in ihrer gerechten Strafe überführt. Natürlich vorher ihre Seele gereinigt. Sehr gut. Nun, lassen wir es bei einer kurzen Geschichte bleiben. Wir schafften sie in den Tempel, führten ihre Seele den göttlichen Paradiesen wieder zu, lösten ihren Pakt und gaben ihr dann einen Giftbecher, könnte man sagen. um. Nun ja, die Praeraya-Küche zieht diese Methode der Hinrichtung vor. Ihr habt sie umgebracht? Natürlich. Warum? Wir haben sie nicht umgebracht, sie hat sich selber umgebracht. Und ihr habt ihr wohl das Gift gegeben. Wir haben alle diese Mühe auf uns genommen, um sie dort herauszuholen und dann bringt ihr sie um. Es ist eine Methode, um ihre Seele zu retten, muss ich verstehen. Es ist, wenn man einen Pakt eingegangen hat und danach bricht, ist man niemals auf Dere sicher. Nur wenn man nun zu Hurern geht und hoffentlich in eines der göttlichen Reiche eingeht, kann man seine eigene Seele retten. Zudem hatte sie die Strafe verdient. Wer weiß, was sie in der Vergangenheit angerichtet hat. Dennoch bete ich dafür, dass Raya ihr vergeben kann. Es klingt alles in allem sehr einfach, was ihr erzählt. Es freut mich, dass es so gut gelaufen ist. Nun ja, es ist die Kurzfassung, wie gesagt. Bei Gelegenheit erzähle ich euch einmal die Langfassung. Und im Traum willst du denen nichts erzählen, oder? Also ich glaube nicht, dass die das verkraften. Dafür sind die noch zu jung. Es kauft an der Tür. Die Tür wird geöffnet und ihr erkennt jemanden, den ihr seit kurzem erst schon gesehen hattet. Zumindest Abel mir und Rafim haben ihn gestern erst gesehen. Die anderen nach so ein bisschen länger. Herr Gernot von Mersing, Schwingführer der Golgereten, tritt ein und verbeugt sich leicht vor euch. Ah, exzellent. Tretet näher. Nun, Abel mir, ich habe dir ja schon einmal gesagt, und zwar gestern, dass die Anrede falsch ist, aber... Wie es mit den Anreden so ist, ihr solltet ihre allerdurchlauchtigste Hoheit dieses Mal korrekt ansprechen. Ich bin im Auftrag des Raben hier. Obwohl, ihr ein Bier? Nein. Sollen wir sofort mitkommen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ihre allerdurchlauchtigste Hoheit nach mir verlangen würde, würde ich dementsprechend sofort aufbrechen. Aber wir sollen sofort kommen. Ja, Rafim, vielen Dank. Also damals bei Bado und Schella war das auch so. Wir konnten auch nicht warten. Vielleicht liegt das ja in der Familie. Hm, dann gehen wir doch einfach. Richtig. Das war ein guter Punkt. Ich bin mir sicher, es wird interessant. So könnt ihr Gernot von Mersing einmal erneut Golddagger hinunter begleiten und dann den Weg in Richtung Tempelhof zurücklegen. Ihr betretet erneut den großen Rabentempel von Punin und werdet dieses Mal nicht in die unteren Kellergewölbe geführt, sondern dieses Mal in das obere Stockwerk, wo ihr dann in einer kleinen Bibliothek nicht nur auf den Raben treffen könnt, sondern auch auf Königin, Kronprinzessin, Ohaja, die dort sitzt. Ihr Gesicht ist härtergeschrieben. Sie neigt das Haupt vor euch stumm zum Gruße. Wenn ihr allesamt eingetreten seid und die Tür geschlossen habt, ihr hebt sie sich, legt euch an. Ihr könnt Dankbarkeit in ihren Augen lesen. Allerdings ist wohl in diesen starken Gefühlen noch irgendwas anderes verborgen. Ihr könnt Willenskraft erkennen, die Willenskraft einer Königin. Vielleicht eine Spur Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Zumindest eine ganze Menge in ihrem Blick. Wir müssen reden. Zum Gruße erstmal. Freut mich, dass ihr wieder gehen könnt. Das war doch nie das Problem. Ihr habt uns rufen lassen, euer aller durchlauchtigste Hoheit. Womit können wir euch helfen? Wir müssen uns zunächst einmal bei euch bedanken, dass ihr uns gefunden habt. Mich, mein Sohn und auch den Söldner Gawin. Gawin selbst, bei ihm habe ich mich bereits bedankt. Er wird hier vor Ort bleiben und eine Akkulotenschaft bei den Bohrern Geweihten annehmen. Allerdings müssen wir sicherlich noch einmal darüber reden, wie nun weiter fortzufahren ist. Denn die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel. Da wir natürlich schon einiges darüber erfahren. Die Vernichtung von Verheim. Den Tod vieler geliebter Menschen. Die Zerstörung von Gareth. Die Abwendung der Vernichtung des Mittelreiches durch Helmar Havax. Und darüber sollten wir sicherlich alleine einmal uns unterhalten. Ja, es ist wahrlich. Viel passiert. Viel, das wir euch erzählen dürfen. Doch zunächst. Willkommen zurück. Ja, weil könnt ihr erkennen, wie der Rabe euch auch einfach nur noch zunickt. Und gemeinsam mit dem Golgariten werden sie ebenso die Bibliothek verlassen und euch dann hier alleine mit der königlichen Königin, ist sie ja sowieso schon, auf alle Fälle dann mit der kaiserlichen Kronprinzessin alleine lassen. Ist das die Frau, von der der fette Mann gesprochen hat? Na ja. Das ist ganz gut. So, wir setzen uns jetzt einmal darüber und sprechen. Ich will auf jeden Fall warten, bis sie sich gesetzt hat, bevor ich mich hinsetze. Ja, wenn die anderen beiden das Zimmer verlassen haben, setzt sie sich auch wieder hin und deutet dann auch auf die anderen Stühle, die dann schon für euch aufgestellt worden sind. Ihr habt euch wieder einmal erneut heldenhaft gezeigt. Nicht nur in der Schlacht vor Werham selbst, sondern auch den Berichten zufolge in Garret. Auch habt ihr die schon zahllose Male vorher getan. Ich muss mich also bei euch bedanken und ich kann dies nicht mit einer einzelnen oder einer weiteren Medaille oder einem weiteren Titel gut machen. Dennoch weiß ich auch, dass uns eine Zeit bevorsteht, in der viele weitere Schrecknisse auf uns zukommen. Die Gefahren sind noch nicht überwunden. Und ich möchte an dieser Stelle versuchen, gemeinsam mit euch ein etwas Licht in diese finsteren Lande zu bringen. Ein nobles Unterfangen, das wir vollsten Herzens unterstützen. Das wäre uns eine Ehre. In der Tat, in der Tat, das wäre es. Also gut, wo fangen wir an? Ich habe da einst erfahren, dass mein Bruder, Kronprinz oder Prinz, kaiserliche Prinzlichkeit, diese Titel sind mittlerweile etwas schwierig. Der König von Almada, Selindian, wohl zum Kaiser gekrönt werden sollte und der einst Lara, meine Großmutter, auf dem Greifenthrone in Garret weilt und ihn vertritt. Dies mag schwierig sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern sie meinen Anspruch weiterhin unterstützen mag, so ich dann wieder auftauchen würde. Dennoch sehe ich es nicht, dass mein Bruder, so er doch von Boron selbst auserwählt wurde, fähig ist. Auch in zwei Jahren, nicht die Verantwortung, dieses Greifenthrones zu tragen. Diesbezüglich, ja. Uns ist gerade gestern, vorgestern, sehr beunruhigende Nachrichten diesbezüglich zugekommen, dass er nicht ganz sicher hier in der Stadt ist und beeinflusst wird von Kulten, über die wir euch definitiv aufklären müssen. Ihr dürft freisprechen. Auch über die Verquickung im Horasreich und den anbahnenden Bürgerkrieg mit Timo und all Dare bin ich ebenso informiert worden und auch das bereitet mir Sorge. Was wisst ihr von dem Rattendämon, dem Güldenen, dem Dreizehnten? Wenig. Er wurde zwar behandelt, unter anderem von den ersten Magierinnen, Magiern, die dem Hofe vorstanden, aber auch ich habe wohl mittlerweile erfahren, dass die gutere Kalle von Horsenach haben und nicht mehr unter uns weilt. Nein, sie ist einem unglücklichen Unfall zum Opfer gefallen. Ihre Erinnerungen wurden hier gerade von Vorbrat-Moskitos. Oh, verzeiht, Kiharas, da verwechselt ihr die eine Erzmager mit der anderen. Das ist nicht für die, man Abel mir dann aus seiner Sippe geworfen hat? Ja, und das war doch Prischia oder wie? Vielleicht sollten wir über eine Stimme sprechen. Isarun, bitte fahrt fort. Ist Prischia von Gansch ganz aufgestorben? Nein, sie war umnachtet. Sie lebt, wurde aber durch einen Anfall oder eine Attacke eines Großteils ihrer Erinnerungsvermögens beraubt. Und Abel mir hat die Erinnerung dann doch an diese Frau weitergegeben. Genau, und deshalb wurde er aus der Gilde rausgeborgen. Könnten wir weiterfahren? Dias, Magier, Rakalla von Horsenradmund fiel vor Wehrheim. Wir haben sie auf Burg Alrohaled bestattet. Oh ja, richtig. Das war doch die Frau im Tunnel, oder? Natürlich, ja. Oh, die ist tot. Sie hat uns geholfen, den Dämonenkessel zu bannen, auf dem wir, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, den Ansturm gemacht haben. Ich erinnere mich. Mein Gedächtnis hat uns wieder hergestellt. Sie hat uns gerettet. Ja, sie hat uns gerettet und daher konnten wir den Tag und den Magnum Opus überleben, doch sie selbst fiel dem Zurmopfer. Sie wird eine Statue bekommen und ihr Name wird nie vergessen werden. Wie geht es derweil, Melvin? Melvin Störebrand. Nun, als wir ihn zuletzt sahen, war ihr wohlauf und an Leben. Ihr arbeitet aber eure Großmutter auch noch nicht in Garret. Gegenwärtig wissen wir eigentlich nicht. Ja, klar. Wir wissen, dass er immer noch Mitglied des Rats der Helden, auch nun. Nachdem eure Großmutter nun in Garret war, wissen wir nicht, wie viel Macht die, oder wie viel Einfluss der Rat noch hat und ob sie überhaupt noch tragen und wer noch Mitglied ist. Dies wird festzustellen sein, wenn wir nach Garret aufgebrochen sind. Ich plane alsbald wieder zu reisen. Immerhin bin ich reisefähig. Oh, wo reist du denn hin? Zurück in die Mitte des Kontinents. Und dort lässt du sich am besten regieren. Und das beträglich gibt es noch einiges zu besprechen, denn nun, aktuell ist unser größter Feind der Schwarze Drache, wie ihr wisst. Und soweit wir wissen, sucht er nach euch. Oh, das ist die Frau, die ihr gesucht habt? Ja, Kaiserblut. Er braucht Kaiserblut für sein Ritual. Hallo. Sie haben sich wirklich viel Mühe um dich gemacht. Mendarion, warum setzt du dich nicht in die Ecke und siehst hübsch aus? Die Ecke ist so dunkel. Mit den Zaubern ist auch Licht. Kannst doch Licht zaubern, oder? Fenster in dem Borontempel. Setz euch einfach ans Fenster, wenn ihr mögt. Nun, ich plane nicht, mich zu verstecken. Sicherlich mag Rassasor eine große Instanz sein, aber ich werde ihn nicht fürchten, sondern ich werde ihm mutig entgegentreten. Das finde ich gut. Jeder Dracks muss vernichtet werden. Nicht, dass eure Idee nicht besonders schlau ist, aber eure Großmutter ist Alonfahnerin. Und wenn ich jetzt mal aus der Heimat berichten darf, wenn ihr da jetzt ohne Wachen auftaucht oder ohne Getreue, dann wird ihr vielleicht unglücklich verschwinden, wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht, dass der guten Dame das unterstellen möchte, aber das könnte passieren. Habt ihr vielleicht noch irgendwie Verbündete aus eurer alten Garde da? Wie hießen die denn nochmal? Die Panthergarde. Genau. Davon bräuchten wir ein paar Jungs. Zunächst werde ich auf euch zurückgreifen. Natürlich könnt ihr das. Meine Sorge ist nur, dass wenn wir euch zu früh der Welt zurückzeigen, dass wir euch nicht beschützen können, wenn der Drache entscheidet, dass er sein Ritual beschleunigen will. Das heißt, wir hätten in Gared, um euch zu schützen, mehr oder weniger umfangreiche Befugnisse. Auch gegen etwaige Festsetzung durch eure Großmutter. Das Problem ist, wir müssten erst mal dafür sorgen, dass die lokalen Truppen euch unterstützen. Was jetzt entweder einfach wird oder nicht so einfach. Ich weiß tatsächlich nicht, wie beliebt ihr im lokalen Volk seid und wie gut man euch erkennen wird. Ich bin die rechtmäßige Kronprinzessin des Reiches. Das hab ich auch nicht in Frage gestellt. Ich hab gefragt, ob man euch erkennt. Ich meine, da kann ja jeder kommen und sagen, ich bin Rohaja. Seht ihr, was ich meine? Na ja, ihr könntet das nicht ratieren, aber ein... Also, wir brauchen schon irgendwie... Keine Ahnung, seid ihr öfter mal auf Festen unterwegs? Na, warte, aber das sind ja nur die Artigen. Habt ihr euch mal öffentlich gezeigt? Im Gegensatz zu meinem Bruder halte ich mich doch doch für sehr volksnah. Ist hilfreich. Könnt ihr Truppen in Almada requerieren als Hausmacht? Truppen? Nun, in Almada sicherlich nicht. Das Land der Pferde gehört... Was heißt gehört? Es wurde meinem Bruder zugesprochen. Aber, aber... Euer Bruder ist doch noch hier. Wäre es nicht einfacher, zu eurem Bruder zu gehen und ihn zu fragen? Hm. Na gut. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass er in Sicherheit ist. Jetzt, da wir die Horas-Lose ausgelöscht haben und wohl niemand mehr Einfluss auf ihn hat, wäre es ein geeigneter Zeitpunkt dafür zu sorgen, dass er in Sicherheit ist. Wenn wir einen kurzen Abstecher über Xorosh machen könnten, könnten wir ja ein paar fähige Zwerge mitnehmen, die euch sicherlich auch gut unterstützen könnten im Hinblick auf den Kampf sowohl gegen die Drachen als auch, naja, gegen andere Unliebsame. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bergkönig sich in die internen Erreichsangelegenheiten einmischen würde. Und wenn es darum geht, ihr Blut zu schützen, welches der Drache unbedingt braucht, und der Drache ist nun mal der Erbfeind aller Zwerge, dann selbstverständlich. Würden sie Erzwerge auch gegen Truppen des Mittelreichs losschlagen? Also, ist es nicht viel einfacher, wenn wir den Raben fragen, ob er mal zu eurem Bruder geht, dem eine Nachricht gibt, dann kommt euer Bruder in den Tempel, ihr sprecht mit eurem Bruder, und dann stellt der euch eine Urkunde aus, die sagt, dass ihr seine Truppen befehligen dürft. Und wenn dann tatsächlich Alaras Truppen sich nicht euch unterwerfen wollen, zeigt ihr dem Mann die Urkunde und sagt, hier, euer König sagt, ihr müsst mir helfen. Und wenn sie das nicht machen, sind sie Reichsverräter, und wir bringen sie alle um. Ach, Rafim, das ist ja eine hervorragende Idee. Der erste Teil davon ist tatsächlich eine hervorragende Idee. Ich hab mich so auf den zweiten Teil gefreut. Aber ich würd das so machen. Nun ja, im Moment steht Selinian halt tatsächlich nicht unter dem direkten Einfluss seiner Großmutter. Und der Arabe hat mit Sicherheit ein großes Einflussvermögen auf ihn. Und sicherlich wird er sich sehr freuen, seine Schwester wiederzusehen. Ich bin sicher, wenn er miteinander spricht, werden die beide schon zu einer Lösung kommen. Und eure Großmutter. Glaub ich auch. Also ich weiß natürlich nicht, wie ihr euch mit eurem Bruder versteht. Da möchte ich mir jetzt auch nicht einmischen. Aber wenn ihr glaubt, dass der sich wohl bequatschen lässt, oder euch unterstützt, dann ist doch alles gelöst. Wir halten wenig von unserem Bruder. Aber ich denke, ein Treffen auf einem neutralen Gebiet wie diesem Boron-Tempel hier wird sicherlich angenehm sein. Glaubt ihr denn, dass euer Bruder Interesse hat, Kaiser des Mittelreichs zu werden? Ich hab ihn nur einmal getroffen und da schien er mir in ganz anderen Sphären zu schweben, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir glauben, dass unsere Großmutter großen Einfluss hat. Ja, aber die ist ja nicht da. Wir werden ihn einbestellen. Das ist ja nett von euch. Nun stellt sich noch die Frage, was mit eurem Sohn passieren soll. Wie kann er geschützt werden? Jetzt siehst du tatsächlich, wie Sorge und sowas wie Trauer in ihrem Blick liegt. Dorthin, wo wir gehen, wird uns sicherlich große Gefahr drohen. Eine Gefahr, die man ein Kind nicht aussetzen sollte. Auch ist die Frage, wie wollt ihr ihn legitimisieren? Er sagt, wisst ihr, was mit seinem Vater passiert ist? Ich weiß tatsächlich nicht, wer sein Vater ist, deswegen kann ich euch das nicht beantworten. Ich weiß nicht mehr, ob wir das wissen. Ja, das ist Eslam von Eslamspots. Genau, ihr wisst es nicht. Ihr könntet das vielleicht vermutet haben. Ömer hätte das vielleicht herausgefunden. Sein Name ist Eslam. Ihr hattet ihn kennengelernt auf der gemeinsamen Festivität an meinem Kaiserturnier. Oh ja, ich erinnere mich. Hatte ich nicht gar im Finale gegen ihn gekämpft? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben nichts von ihm gehört. Schon vor der Schlacht von Werheim nicht mehr und danach nie wieder. Vermutlich ist er da im Hochhausreich, oder? Heimel schon auf, das ist ja kein Problem. Nun aktuell wissen wir nicht, wo er ist. Aber ich bin mir sicher, er wird sich freuen, dich zu sehen. Da bin ich auch ganz sicher. Irgendwas hinten. Habt ihr mitbekommen, was in Angbar passiert ist? In Angbar? Nein. Berichtet. Und der Alagrim, ein gefährliches Flammenwesen, vertiert durch den goldenen Drachen. Ursprünglich war es gebannt durch die Zwerge, aber es hat sich befreit und die Stadt niedergebrannt. Und es sind viele gute Zwerge ins Leben gekommen. Um etwas kurz zu machen, der schwarze Drache hat sich die schwarze Flamme für Dracos angereignet. Ja. Auch ihnen wird gedenkt. Das ist grüßlich. Habt ihr eine Idee? Ihr kennt die aktuelle Situation des Mittelreiches etwas besser als ich, da ich leicht unpässlich war. Wo könnte man in den aktuellen Zeiten Albiron lassen, bis sich genaueres über sein Schicksal weiß? Nun, wenn ihr fern von der Welt wollt, kann ich euch zu meiner Sippe bringen. Ich könnte ihn nach Xhllor springen zu lassen, da wäre er auf jeden Fall von jedem Drachen sicher. Tatsächlich haben wir sehr sehr viel darüber diskutiert, über alles haben wir bereits diskutiert. Nun, wir könnten euch vier Möglichkeiten nennen. Wir könnten ihn zu den Elfen bringen, zu den Zwergen bringen, dass wir auf ihn aufpassen. Oder wir haben nach zwei Magierfreunden von uns geschickt, denen wir vertrauen können, die auf ihn aufpassen könnten. Ich weiß wie gesagt noch nicht genau, was ich mit Albiron tun soll. Ich würde euch diese Entscheidung überlassen, bis ich genaueres weiß und mich dann dazu äußern, dass die Gefahren überwunden sind. Albiron ist ein schöner Name. Eine schwierige Frage. Ich denke, in Gareth selbst wäre er größerer Gefahr ausgesetzt, als er sein müsste. Das halte ich für eine ungünstige Lage, ihn dorthin zu bringen. In der Tat, er darf auf keinen Fall nach Gareth gebracht werden. Wir hätten ja noch nicht. 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 Wir hätten ja optional auch noch unsere anwesenden Zorga an. Das wäre mein aktueller Vorschlag. Wir fragen Eldan und Iolaus und schicken sie nach Zorga an, dort wo Ignauf sie wartet. Das würde sich tatsächlich anbieten, ja. Und Zorga sollte aktuell sicher sein, nachdem wir Dimiona geköpft haben. Eigentlich war das Akos-Schar, aber ja. Wir haben geholfen. Dann gebe ich schweren Herzens Albiron und sein Schicksal in eure Hände und würde ihn mit einem mündelnden Zorga anlassen. Wenn das Oronische Reich besiegt ist, dann hoffe ich, dass es dort sicher genug ist. Eine befestigte Stadt mit vielen Ebenen, fruchtbar und einem Hafen. Und die Villa ist direkt gegenüber dem Aya-Tempel. Ich werde auch an sie einen Brief schreiben, dass sie ein Auge drauf werfen sollen. Wir danken euch. Ich hoffe, dass mir die Entscheidung mit etwas Abstand leichter fallen wird, damit ich dann mehr zu ihm und seinem Schicksal erzählen kann. Also gut, ich werde meinen Bruder einbestellen. Wenn ihr mögt, könnt ihr warten in einem der Nebenräume. Oder aber ihr vertreibt euch die Zeit in Poonin etwas anders. Ich weiß nicht genau, wie lange dies dauern wird, dieses Gespräch. Es wird sicherlich sehr anstrengend werden. Aber ich bin durchaus gewillt, entweder mit seiner Hilfe oder ohne seine Hilfe zurück nach Gare zu kehren. Ja, also wenn wir ohne seine Hilfe zurückkehren, wäre es immer noch ganz gut, wenn ihr rausfindet, wo ein paar von eurer Pantagarde sind. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt, aber die sind ja ganz kräftig und die Damen auch. Und dann sticht euch keiner ab. Und ich glaube, das ist gut für uns. Habt ihr schon an die anderen Provinzen des Reiches gedacht? An die Nordmarken? Albernier? Ob sie euch Truppen schicken? Nein, jeder hat zumindest in der Schlacht von Werheim seinen Teil geleistet. Und so sie denn ihre Kräfte wieder gesammelt haben in den wenigen Monaten, so mögen sie mir, so sie denn reichstreu geblieben sind, Truppen zur Verfügung stellen. Nicht nur für den Kampf gegen Anseln von Rabenmund, sondern auch gegen den Kampf gegen den Schwarzen Drachen. Ach ja, genau. Der sitzt übrigens vor... Werheim. Werheim, genau. Und der will den Schwarzen Drachen darstellen. Diese Ehre, dieser Ruhm gebührt uns. Wir werden zunächst Anseln töten und dann den Schwarzen Drachen. Ja, aber hat er nicht gesagt, dass er weiß, wo man den Namen herbekommt? Von dem Drachen? Ja, wir müssen nach Wahrung gehen, um den Drachennamen in Erfahrung zu bringen. So war es doch. Genau. Ja, er wollte diese Fixgewalten dorthin schicken. Nun, was ist, wenn die die nicht finden können? Oder wenn sie sich verlaufen? Es sind nur Menschen. Ja. 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 Ja.